Moin ihr Flosipiloten! X-Plane 11.26 R2 ist frisch draußen. Was neu ist, erfahrt ihr jetzt. Laminar Research hat unserem X-Plane 11 ein frisches Update verpasst. X-Plane 11.26 ist jetzt draußen und hat dem Flosipiloten drei Änderungen mit sich gebracht. Ich glaube, das wird auch das kürzeste X-Plane 11 Update News Video, was ich je gemacht habe. Denn diese drei Dinge, die Laminar Research dem Flosipiloten verpasst hat, sind eigentlich für die Entwickler der jeweiligen Add-ons, sei es für die Szenerieerstellung oder für die Programmierung. Laminar Research hat bei der ersten Fehlerbehebung folgende Sachlage erklärt. Wenn die Landschaftsverschiebung benutzt wird im Flugsimulator, kann passieren, dass die Flugzeugposition um eine DSF-Kachel weiterspringt. Das ist für uns ja eigentlich nicht groß interessant, da wir die Landschaft nicht verschieben, aber das hat Laminar Research jetzt angegeben und dies wurde somit behoben. Die zweite Fehlerbehebung, die finde ich schon wieder für uns Flosianern sehr interessant. Und zwar hat Laminar Research die Texte, die im Flugsimulator sind, sei es im Menü oder beim ATC, viel besser übersetzt. Das ist doch für uns Endverbraucher schon mal wieder ein besserer Schritt nach vorne. Und das bringt den X-Plane 11 wieder ein Stück nach vorne zum besten Flugsimulator 2018 zu werden. Kommen wir zum dritten Punkt, der Fehlerbehebung. Dies wird jetzt wieder für die Entwickler sein oder an euch da draußen, wenn ihr mit Hilfe des Editors eure eigenen Flughäfen selber bastelt oder ihr sie vielleicht sogar umbauen wollt, denn es wurde eine Korrektur erreicht, dass ihr jetzt die Startbahnen vernünftig umbenennen könnt und somit gibt es keine Probleme mehr in der FEC-App-Struktur des X-Plane 11. Ja Community, ich und meine Sprechkünste lassen mal wieder zu wünschen übrig, aber ich habe jetzt mal probiert, freier zu sprechen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen und ein Abo da, dann würde ich mich recht herzlich bei euch bedanken drüber. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Ready for Departure. Haut rein. Ciao, ciao. Euer J.K. Euer J.K.